Musik Kalli kam nach Limburg in die ausverkaufte Werkstatt-Lounge zum Fußball-Talk. Über 200 zahlende Gäste wollten an diesem Ereignis teilhaben. Fußball gestern, heute und morgen. Zu diesem Thema diskutierte der fußballbekloppte Rainer Kallmund, Spielerberater Dr. Michael Becker, der Trainer des Torst-Dietkirchen Thorsten Wörsdorfer und der 18-jährige Spieler des SVW in Wiesbaden Luca Teller. Dann habe ich gesagt, du bist der Cheftrainer, jetzt fährst du mal die neue Haarjugend, Osterturnier in Bremen, ich fahr mit denen mal da hin. Und da gab es natürlich Stock der Dralle auf der Haare. So nach dem Motto, wer beim Kalli trainiert, freut sich aufs Sterben. Das war dann eben der Traum. Aber wir haben dann auch, ich wollte schon früher haben, nicht nur Talente, die schön spielen, Aggressivität, Feuer, Power drin, Disziplin, Aggressivität. Und wer das mitbrachte, ja. Moderiert wurde der Fußball-Talk von Max Stilger selbst, der auch zur Unterstützung seiner Stiftung in die Werkstatt-Lounge geladen hatte. Die Veranstaltung läuft ja unter einem guten Zweck für die Max-Stilger-Stiftung. Allen Teilnehmern, die eine Eintrittskarte gekauft haben, vielen Dank allen Sponsoren vor allen Dingen, vielen Dank, die mitgeholfen haben, dass das Ganze hier stattfinden kann. Zweimal 45 Minuten wurde der Fußball in seine Bestandteile zerlegt. Rainer Kallmund beleuchtete seine Sicht der Dinge vom Wirtschaftsunternehmen Fußball bis zum aktuellen Leistungsstand der Spieler und Trainer in seiner unnachahmlichen Art und Weise. Wenn einer heute den Klopp kaufen will und sagt, wir kaufen den Klopp, auch Bayern München, oder der Michel kann noch mehr zu erzählen, und dann kommen die Investoren, was darf es nicht in England? Es sind Amerikaner, viele Amerikaner, nicht nur der Schaik und der Russ, viele Amerikaner, die das hoch, hoch, hoch professionell machen. Die sagen, Abfluch, Herr Grindel, DFB, Abfluch! Da haben wir in der Portugasse. Auch Bayern München kann da nicht mitmachen. Die haben zunächst mal Posten, die ganzen Sportanlagen, Nachrichtensender, wissen wir, die viel Kohle haben. Natürlich durfte an solch einem Abend die obligatorische Stadionwurst nicht fehlen. Markus, oder besser Max Stilger, hatte zur Unterstützung seiner Stiftung zu diesem Fußball-Talk geladen. 100% der Spenden werden für den entsprechenden Zweck der Stiftung verwendet. Die Max Stilger Stiftung wurde von mir initiiert, trägt ja auch mehr oder weniger meinen Spitznamen. Seine Stiftung wurde 2017 ins Leben gerufen und soll der Förderung von Kunst und Kultur, Erziehung und Bildung zur Förderung des Sports, der Heimatpflege und des ehrenamtlichen Engagements dienen. Also es ist schon ein regionaler Bezug, muss da sein. Die Leute treten an uns heran und wir haben ein Kuratorium mit dem Martin Richard, dem ehemaligen Bürgermeister aus Limburg als Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern, der Marcel Krämer und der Ina Mücke und innerhalb des Kuratoriums wird dann entschieden, welche Institutionen begünstigt werden. Wir versuchen aber in der Regel da eine breite Streuung zu machen, damit möglichst viele in den Genuss einer Förderung kommen. Doch wer ist Markus, genannt Max Stilger, dass er eine solche Stiftung ins Leben rufen konnte? Also ich bin seit über 30 Jahren selbstständig als Vermögensverwalter in der Region Limburg tätig. Neben der Vermögensverwaltung haben wir in den letzten 20, 25 Jahren auch ungefähr 50 Projektgesellschaften entwickelt, die wir ebenfalls betreuen, die überwiegend in erneuerbare Energien, in Solaranlagen, in Windräder investieren. Und darüber hinaus gibt es im Tower auch noch den Sitz der Firma Abitz Seniorenimmobilien, die ich vor 20 Jahren mitgegründet habe. In dieser Firma entwickeln wir seit 20 Jahren Wohnkonzepte für ältere Menschen. Wir bauen Pflegeheime und bauen Wohnungen im betreuten Wohnen. Auch zum Beispiel haben wir eine Agentur, die mit jungen Fußballern zusammenarbeitet. Daher auch der Bezug zum Fußball. Also wir sind sehr, sehr vielfältig, breit gestreut, unternehmerisch tätig. Und so kam auch Rainer Kallmund gerne nach Limburg, um den fußballbegeisterten Stifter zu unterstützen. Ja, ich halte es für sehr wichtig, dass Leute, die vorwiegend auf der Sonnenseite des Lebens stehen, bei denen blitzt es auch mal, da donnert es auch mal und da regnet es mal. Aber die erkennen, da zähle ich mich auch zu, jetzt will ich nicht den gleichen Reichtum wie der Kollege hier, aber dass die auch sagen, bei mir laufen die Rätschenwind. Wenn du vorwiegend auf der Sonnenseite des Lebens stehst, hast du auch eine logische, normale Verpflichtung an Menschen, insbesondere Kinder und älteren Menschen, zu denken, die vorwiegend auf der Schattenseite stehen. Indem man dann auch mal im richtigen Moment hilft. Und deswegen brauchen wir für eine Stiftung nie zu diskutieren. Wichtig ist, nicht quatschen, machen, nicht machen. Hier, Max. Der ist voll bei uns integriert, sonst würde man den ja auch nicht so anschießen. Der Abend war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg. Bleibt zu hoffen, dass er nicht ein Einzelfall bleibt. Also, besser kann der Doppelpass im Wünschen jetzt sein. Mehr Zuschauer, tolle Themen, toller Moderator, muss ich ganz ehrlich sagen, der auch ein bisschen mit einstecken musste. Aber das war das Gute, dass wir uns bei allen schwierigen Themen alle nicht so wichtig gemacht haben. Jeder klar seine Meinung gesagt hat. Und ich glaube, die Gäste, alle, werden wir nach Hause nehmen. Also, Kimblabla, sondern Tacheles und auch Mann gegen uns selber. Also, war wirklich schön, schön, schön und absolut schön. Alles klar! Danke. Das war's.